Yo, Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute geht's in eine rasante oder in mehrere Kursi-Runde. Und zwar werde ich euch die zwei neuen Maps vorstellen. Und zwar, äh, ich weiß gar nicht, wie sie heißen gerade. Yo, Regia und Peacetail sind die Maps auf jeden Fall. Und, äh, ich werde euch da richtig coole Secrets zeigen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in der Runde. Let's go, ich hab wieder einen Gast dabei. So, da sind wir auch schon letztendlich in der Runde angekommen. Und ihr hört schon richtig, wir. Hallo, Teen-Notus. Guten Tag. Hi, wie geht's? Hi, wie geht's? Ja, gut, dir, ähm, ja, auf jeden Fall werden wir euch heute ein paar, äh, ja, Secrets vorstellen. Und ich bin schon bei den Secrets und ich hab kein Equip, du. Äh, weißt du denn, wo du hin musst? Weißt du das in etwa irgendwie? Nee, nicht Balanzzweiße. Wo ist denn das? Sag's mir. Äh, ja, sag's mir, gib's mir, äh, weiß nicht. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie soll ich dir das am besten beschreiben? Auf jeden Fall kann ich das ganz kurz mal ein bisschen vorstellen. Und zwar haben wir hier die neue Map, äh, Beast Day. Und hier gibt's wirklich mega, mega coole Secrets. Und zwar seht ihr schon, hier ist eine Druckplatte. Diese Druckplatte können wir betätigen und können theoretisch jetzt da runterspringen. Dann haben wir aber noch ein Secret, was, äh, wiederum, ja, ein bisschen, äh, ungeil ist, ne? Sagen wir so. Oh, jetzt haben wir auch ein bisschen was an Stuff gefunden. Sehr cool. Auf jeden Fall können wir jetzt theoretisch, äh, hier ganz einfach einen Knopf drücken. Und dann würden wir halt hier raufstellen und den Knopf drücken und werden sterben. Ja, so einfach ist es. Ich drück den Knopf und geh, zack. So, und da seht ihr schon, wir würden ins Nichts fallen, theoretisch. Und, äh, ja, das ist nur Secret Nummer 1. Es gibt aber noch ein richtig geiles Secret und das ist das da hinten. Und das werde ich euch jetzt ganz einfach nochmal zeigen. Wir springen und so, dann werden wir hochteleportiert und zack. So, oh mein Gott, und jetzt sind wir im Loser-Safy-Thron. Ich weiß auch nicht, das ist mega krass. Kannst du da... Hi! Hallo! Hä, wie hast du mich gefunden? Ich hab dich dort oben gesehen. Hallo, krass, ja geil, ey. Ja, guck mal, hier, jetzt kannst du, äh, ja, warte. Jetzt müssen wir, Hashtag, ich bin gefangen, an die Pixel-Beaster twittern. Machen wir das? Komm, das machen wir mal eben. Twitter, Leute! Und dann, at Pixel-Beaster, Hashtag, ich bin, bin gefangen, at Pixel-Beaster. So, super, sehr schön, krass, so, das ist auf jeden Fall das Secret und jetzt sind wir einfach bis zum Ende der Runde hier gefangen. Aber, Leute, ihr seht schon, da vorne ist eine Kiste und so, das werde ich euch jetzt auf jeden Fall auch nochmal zeigen. Also sehen wir uns dann gleich hier nochmal wieder. So, Freunde, da sind wir schon wieder am Secret. Auf jeden Fall jetzt das zweite Secret und zwar müsst ihr nicht nach geradeaus springen, sondern ganz einfach zurück und dann springen wir und können hier ganz einfach hoch. Aber der Punkt dabei ist, dass man immer zurückteleportiert wird. Ich hab das nämlich schon bei Let's Fill und so gesehen und der tötet uns einfach. Nee! Da hat er uns dann doch nochmal geholt. Aber, Leute, das war's noch nicht. Und zwar gibt's ja noch die andere neue Map, Jauregia. Und, äh, die zeig ich euch auch ganz kurz nochmal. Auf jeden Fall macht das Secret, no, überhaupt keinen Sinn. Da man einfach, also das zweite Secret jedenfalls, da man einfach sowieso stirbt. Und die Map Jauregia hat wirklich eine Besonderheit. Und wir werden schon wieder getargetet. Meine Güte. Alter, richtig schlimm hier. Auf jeden Fall können wir nicht unter Wasser gehen. Ihr merkt, joa, ich kann hier einfach mal im Wasser stehen. Das ist eine Besonderheit der Map. Und, äh, wo bist du denn gerade? Wir spielen ja ziemlich verboten, aber, äh, wo bist du sogar da hinten? Ich seh dich sogar. Ja, ja, dann gehen wir uns einfach mal so ein bisschen aus dem Weg, ne? Ist ja alles cool so. Ähm, auf jeden Fall könnt ihr mit den Tino, Tino Tuss auch mal so ein bisschen, äh, ich will immer Tino, äh, Tino, was wollte ich? Tino Tuss. Tino Tuss, genau, das will ich immer sagen. Weil ich mir das so angewöhnt hab. Aber, ja, könnt ihr gerne mal auschecken. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und ich werde so hart, ich werde so hart getargetet. Oh mein Gott. Gut, Freunde. Egal, das war's mit dem heutigen Video. Wenn euch die zwei Secrets und die beiden neuen Maps überhaupt gefallen haben, dann würde ich mich über eine sehr coole, positive Bewertung freuen. Und schaut beim Tino Tuss vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst einen Like da. Haut da rein. Lasst ihn. Genießt einfach das schöne Wetter. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.